So, auf dem Weg zur zweiten Party heute Abend. Sind wir hier eh richtig, oder? Okay, Glamour. Die nächste Party. Wir haben einen wunderbaren Völf Likon und einen Ton und Taxis. Ton und Taxis. Das ist auch wunderschön. Das ist eine tolle Location zu einer Party. Sieht schon viel besser aus. Die Morgenstelle ist ein Ja, das ist gut. Wie bitte? Ja, danke. Du schickst sie da aus. Und ein Geschenk hat er dabei. Danke. Ich bin froh. Das ist eine charmante Einladung. Ja, ja. Philipp? Toll. Alles Gute zum Geburtstag. Hallo. Wie ein bisschen aussehen. Wie ein Guter, ja. Entschuldigung, du hast ja extra geschrieben. Ganz, ganz bittig. Und hier nochmal was wahnsinnig. Ja, das ist schön, ja. Hallo, Paul. Im alten Schweins und drei Masken. Ganz heißliche, venezianische. Mit Anal-Spray. Und ganz vielen Kondomen. Und so kuscheln, wie man sich in den Arsch schlägt. Dann wird ja mein Geschenk aufgefahren. Zum Thema Oma und bis die Oma kommt. Das ist ein bisschen eher konservativ. Dieses Geschirr. Die Bar jetzt. Und Kapp. Oh. Toll. Richtig toll. Das ist seriös. Was zum Nachdenken. Das ist sehr schön dafür. Für diesen Tag ist es schon was seriöses. Für diesen Tag ist es sehr seriös. Absolut. Das ist sehr cool. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Happy Birthday, Liverpool. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Hier ist ein kackleserительlicher Frau. Es gibt kein kackleser Pracht. Dann fühlt sich ein kackleser coolerer Typ. Das ist ein kackleser парas. Das ist ein kackleinerander. War buoyant, das ist ein kackleser Pitbull. Genau, es ging um Politik. Wir haben davon geredet, dass Arbeit dasselbe ist wie Kunst. Arbeit macht einen einfach glücklich. Ohne Arbeit können wir nicht leben, ohne Arbeit können wir nicht. Unsere Miete bezahlen, Arbeit. Das ist alles hier Kunst und es wird dokumentiert. Kunst ist das allerletzte. Kunst braucht keiner. Wir brauchen Brot, wir brauchen Anstellung, wir brauchen Autobahn. Wir brauchen Arbeit. Das stimmt nicht. Ja, ist schon. Ciao, Paul. Das ist der Kameramann, Strecco, Strecco. Schon wieder. Hallo. 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 Hallo.